Aus der Region, für die Region, sich unter den Unternehmern auch austauschen zu können. Es ist nicht immer nur unter dem Wettbewerbsaspekt zu sehen, sondern tatsächlich auch Erfahrungswerte auszutauschen. Und da kam mir dann damals die Idee, das Heinzel Unternehmerforum in die Welt zu rufen. Tolle Vorträge, informative Vorträge, aber auch das Netzwerk, auf schwäbisch gesagt, miteinander zu sprechen, unterzubringen. Und das ist wahrscheinlich der Erfolg des Heinzel Unternehmerforums. Der Walter Döring hat für mich einen guten Vortrag gehalten. Das war sehr, sehr interessant, über die Firmen zu hören, wie es in Deutschland oder in Baden-Württemberg auch läuft in Summe. Und vor allem hat mir gefallen, dass Baden-Württemberg sehr innovative Firmen hat. Also wir haben jetzt heute die Möglichkeit gehabt, mit zahlreichen Gästen hier Kontakt aufzunehmen, sich auszupauschen, mal kennenzulernen, was die Beweggründe waren. Und ich finde es ganz wichtig, weil viele Weltmarktführer sind eigentlich Unternehmerpersönlichkeiten, die man nicht in der Öffentlichkeit kennt. Und wie willst du sie kennenlernen, wenn du nicht mit ihnen über solche Wege in Kontakt treten kannst?